Nun das letzte Lied vom Shareholder Valley. Es ist, was ich mal mitnehme auf eine Generalversammlung, generell mit den Leuten debattiere. Es ist allgemein so, dass ich mich als, dass ich gesehen habe, wie Blomberg und andere Firmen, also sogenannte Fondsmanager, durchaus mit den Unternehmen sprechen und ich als Kleinaktionär nie ernst nehmen werde. Aber die Aktien steigen schön und deswegen stimmen doch alles schön brav mit ab. Aktien sind immer gestiegen, nur dem Börsenweis abwiegen. Dafür gute Dividende, wenig Ertraglegende. Was kriegt der Aktionär? Was ist denn immer fair? Und der Großaktionär bekommt da in sich denn mehr Gleichheit, was her? Rückkauf von Aktien, warum? Investiert besser in Wachstum. Geschäft führt schon in Missstände, dabei vieles ausblendet. Was kriegt der Aktionär, ist das denn immer fair? Und der Großaktionär bekommt da in sich denn mehr Gleichheit, muss her. Ob sie denn alle sagen, Grundstücke übertragen. Die Scheinheilige, die Scheinheilige, die Scheinheilige, die Scheinheilige kehrt, wende, vielleicht da was auf Wende. Was kriegt der Aktionär, ist das denn immer fair? Und der Großaktionär bekommt da in sich denn mehr Gleichheit, muss her. Für Schweigen, CEO bezahlt, Erfolg wird oft nur ausgemalt. Wenig über die Umstände, das Besse mal beende. Ich will mit Transparenz, richtiger Kompetenz, dem Rat die geklänzt, das ist die Pfefferenz. Unsere Essenz. Dankeschön.